Greenline, alternative Energien GmbH, ist ein Sachsen-Anhaltinischer Energieversorger. Wir sind Großhändler für alle Mineralöl-Erzeugnisse an insgesamt sieben Tanklagerstandorten und liefern deutschlandweit Strom und Erdgas. Mit unserem individuellen Online-Preisrechner erhalten sowohl Neukunden als auch Bestandskunden ihre passenden Angebote. Bei Greenline arbeiten über 250 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten im Bundesgebiet, in dem wir weiterhin insgesamt 50 eigene Tankstellen betreiben. Wer schon einmal das Shop-Konzept unserer vielen Tankstellen besucht hat, war begeistert von der Vielzahl und auch der Ausstattung. Greenline hat hierfür mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem Tankstelle des Jahres und Shop des Jahres. Einen großen Vorteil für Unternehmen und Speditionen bietet unsere Tankkarte Fleetcard One. Eine den modernen Anforderungen angepasste LKW-Waschanlage mit Tank- und Siloreinigungsanlagen macht uns zu einem nachhaltigen Partner in Sachen Umweltschutz und Sauberkeit. Unsere Prozessoptimierungen ermöglichen fachgerechte Reinigungen bei optimalen Durchlaufzeiten. In unserem Firmensitz in Schönebeck trifft historischer Altbau auf moderne Strukturen. Hier vereinen sich Tradition und Innovation, um kundenoptimierte Lösungen zu finden. Fortschrittlich aus Tradition L.B. Lohmann Ein in fünfter Generation geführtes Familienunternehmen mit über 160 Jahren Erfahrung. Neben dem Vertrieb von Diesel, Kraftstoffen, Schmierstoffen und AdBlue bieten wir ausführliche Betreuung und Beratung für Mineralölgesellschaften, Mineralölhändler, Tankstellen, Heizkraftwerke, Industriebetriebe, Landwirtschaftsbetriebe und private Haushalte. Moderne und hocheffiziente Schmierstoffe von Lomol, einer Marke der L.B. Lohmann, GmbH und Coca-G, werden in modernen Produktionsanlagen hergestellt und abgefüllt. Alle Produkte wie diverse Öle, Kühlschmierstoffe und Spezialitäten können sowohl im Webshop als auch telefonisch bestellt werden und werden deutschlandweit geliefert. Wenn es um Profi-Baustoffe geht, ist L.B. Lohmann Baustoffe ihr Partner. Hochwertige Artikel, guter Service und fachgerechte Beratung durch geschulte Mitarbeiter zeichnen uns aus. Die Hallesche Bio-Ölwerke GmbH mit Stammsitz im Hafen in Halle-Saale sind im Bereich der Biodiesel, Glycerin und Ölproduktion als mittelständischer Hersteller und Anbieter tätig. Wir produzieren rund 60.000 Tonnen Biodiesel sowie 10.000 Tonnen Glycerin pro Jahr und garantieren dank unseres hauseigenen Labors höchste Qualität für unsere Kunden in Deutschland als auch Europa und der ganzen Welt. Unser Portal zum günstigen Einkauf von Heizöl und Flüssiggas, ölbestellung.de, ist eine unabhängige Online-Plattform. Bequeme und unkomplizierte Bestellung von zu Hause oder unterwegs, übersichtlich und tagesaktuell. Wir liefern Qualität. Schnell und zuverlässig.